Im Alter von 85 Jahren ist die weltberühmte Opernsängerin Montserrat Caballé gestorben. Das bestätigte ein Krankenhaus in Barcelona. Die spanische Sopranistin feierte in Opernhäusern und auf großen Bühnen weltweit Erfolge und übernahm im Laufe ihrer Karriere rund 90 Opernrollen. Doch auch vor der Popmusik schreckte die Operndiva nicht zurück. Legendär dürfte ihre Zusammenarbeit mit Queen-Frontmann Freddie Mercury sein. Caballé hatte bereits seit Jahren gesundheitliche Probleme. Am Montag soll die Bestattung der Opernsängerin stattfinden. Spaniens Ministerpräsident Pedro Sanchez ehrte Caballé in einem Tweet als große Botschafterin des Landes. Spaniens Ministerpräsident